Was ist die Denta Prime hochprofessionell? Also ich finde die Denta Prime hochprofessionell und die Behandlung war ausgesprochen gut und zuvorkommend auch und kompetent. Das ist noch schwierig zu definieren, aber die ganze Ambiance, also die ganze Umgebung und die hohe Professionalität haben mich überzeugt, was ich bei anderen Zahnkliniken nicht unbedingt gesehen habe. Also ich werde sicher erzählen, wie professionell die Behandlung hier ist, wie technisch hochwertig die Firma Denta Prime ausgerüstet ist und dass man sich absolut den Leuten hier anvertrauen kann. Auch damals der Arzt, der mir die Implantate eingesetzt hat, weiß ich den Namen nicht mehr oder ich kann ihn nicht aussprechen, und der Arzt, der mich jetzt behandelt hat, einfach zuvor perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.